Ich bin Neoblade. Wir spielen gegen einen Protoss. Auf einer anderen Karte würde ich mal wieder Adel Scott versuchen, aber die hier ist groß genug, um vorgeht zu spielen. Wir sind in der Destiny-Lern-Philosophie. Into Expansion, into Oco-Style. Entschuldigung. Du hast nicht genug Minerals. Du hast nicht genug Minerals. Du hast nicht genug Minerals. Ich scoute hier erst nach dem Gate, weil Proxys eher unwahrscheinlich sind. Aber sonst würde mich hier schon bei 1.4, 1.8 ein Proxy-Pylon erwarten. Den sollte man halt, wenn vorher, irgendwie entdecken. Scouten tun wir trotzdem mal. Solst duche. Ich fange an die Fronten. Ich werde hier noch durch. Ich bin Neoblade. Ich bin Neoblade. Ja. Ich bin Neoblade. Ich bin Neoblade. Ich bin Neoblade. Ich bin Neoblade. Wir scouten noch mal die eigene Base ab Schauen hier ob eine Probe kommt Ich baue immer eine Probe zu viel Zellot bauen Die Probe vergessen, das war schlecht Da ist die Probe Schauen wir was die Probe macht Schauen wir was die Probe macht Okay Verfolgen wir sieben Ich habe alle Gates verschlafen Also ganz 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 schlecht Schauen wir sie nicht Ich knall jetzt gerade mal die Probe ab Wo ist sie denn da? Wir bauen hier hin Ich bin hier in Shadows Angriff kommt viel zu spät Ich bin hier in Shadows Was hat denn der Gegner gespielt? Wir wissen es gar nicht genau Ich schaue jetzt gerade mit dem Zellot mal hoch was hier passiert Ich brauche neue Pylons Ich brauche neue Pylons, habe ich aber gebaut Okay Gut Dann Wir bauen weiter Probes Wir bauen eine Robo Wir nehmen zweites Gas Ich bin hier in Shadows So die Frage ist halt Könnte irgendein Warprism Was passiert da? Das wollen wir nicht Warprism drop könnte kommen Ich bin hier in Shadows Also fortbauend Hier reinbauten Okay Hat er gut gemacht Hat er gut gemacht So wenn er jetzt ein Go macht dann Könnte das für uns knapp werden Okay Okay Da ist der Go Ne das bringt nichts mehr Wir müssen hier die Cannons hinbauen Ich glaube das Spiel ist verloren Genau Ich bin hier ein Demonstrant Und Ich bin hier ein Er ist er Ja Das war's für heute. Falsch gespielt, ganz schlecht Timings und Benchmarks nicht getroffen, brauchen wir nicht lange drüber zu reden Und das war's Zwei Immortals gebaut, absolut gut gemacht Ich hab ganz gierig einen Nexus geworfen, schlecht gemacht Das war's für dieses Spiel